Karl-Valentin-Orden. Aha. Berliner Bär-Steiger-Award. Bayerischer Fernsehpreis. Toni-Pülf-Preis. Das ist aber eher ein... Wer ist Toni Pülf? Toni Pülf? Sie wird es uns sagen können. Ja. Hier ist die fantastische Iris Berben. Hallo. Iris Berben. Liebe Frau Berben, was darf ich zu trinken an? Wasser, bitte. Wasser? Ja. Ja, sehr gerne. Es war ein harter Weg hierher. Sie wurden zuerst falsch geführt. Ja. Waren Sie, als Sie falsch geführt wurden, eigentlich... Verlieren Sie jemals die Fassung? Im Taxi? Gab es da eine schimpfende Iris Berben? Oder bleiben Sie gelassen? Ja, normalerweise verliere ich die Fassung. Aber ich bin jetzt... Wie nennt man das, was man in dem Alter kriegt? Altersweise. Altersmild. Ja, sowas. Gelassenheit, glaube ich. Gelassenheit. Aber Sie waren doch immer gelassen, oder? Oder können Sie am Set auch eine Furie sein? Nee, aber... Ja, wenn es darum geht, das Recht zu verteidigen, kann ich schon lustig auf dem Tisch tanzen. Ja. Man hat Sie nämlich heute, das muss man vielleicht noch dazu sagen, vom Hotel nicht zu uns nach St. Marks gebracht, sondern zum ORF Kügelberg, was genau die entgegensetzte Richtung ist. Ja, aber ich habe dadurch auch mal ganz andere Strecken in Wien kennengelernt. Gab es Stoppschilder? Ja, es gab Stoppschilder. Und ich bin dann auch relativ alleine auf dem großen Gelände des ORF rumgewandert und habe Eingänge und Ausgänge gesucht. War doch auch eine schöne Erfahrung jetzt mal. Kein Schwein hat Ihnen geholfen, oder was? Hat Sie der Taxifahrer erkannt, oder jemand beim ORF? Die Jungs vorne am Eingang haben mich erkannt und waren relativ freundlich und glücklich, dass ich da bin, haben mir aber auch erklärt, da dürfte kein Auto jetzt mehr reinfahren. Ich müsste den Weg zu Fuß machen. Und als ich dann nach zehn Minuten, nachdem ich festgestellt hatte, dass ich irgendwie total falsch bin, wieder runterkam, haben sie gesagt, ach wie schade, wir hätten Sie gerne hier gehabt. Und ja, dann bin ich mit dem Taxi hierher. Aber es ist doch, hat ja alles geklappt. Wir freuen uns sehr, dass es funktioniert hat und dass Sie das Goldene Wiener Herz kennengelernt haben am Königgeberg, wo man Ihnen so schön geholfen hat. Ich freue mich auch, ich muss das mal loswerden, weil Sie sind jahrelange Begleiter meines Lebens gewesen, beide ja. Warum? Ähm, das frage ich mich manchmal auch. Das hat so schön begonnen. Radio 1. Radio 1. Ah. Sie haben meine Radiosinnen gehört. Deine? Ja, meine. Und ich muss sagen, ich bin Fan geworden gewesen, hab mir jetzt natürlich in der Vorbereitung auch ein bisschen hier was angeschaut mit dem wunderbaren Roger Willimsen. Ah, das war großartig. Ja, ein großer, lieber, enger Freund auch von mir gewesen und hab mich wirklich gefreut. Aber ihr habt mir meine Zeit oft verschönt. Das freut mich sehr. Aber haben Sie deine... Dann zittert man auch ein bisschen, wenn man hierher kommt, weil wenn man weiß, was ihr so im Radio treibt, weiß man schon auch, was einem passieren kann hier, ne? Nichts. Wir sind, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Wer ist, wer ist Herr Pülf? Wer ist Herr wer? Toni-Pülf-Preis haben Sie 2015 bekommen. Oh, das ist eine Frau, eine SPDlerin. Ah. Ja, eine Frauenrechtlerin gewesen. Frauenrechtlerin. Sie sind die letzte berühmte Deutsche, die noch öffentlich für die SPD sich äußert, richtig? Ja. Sind Sie sehr einsam. In guten wie in schlechten Zeiten, oder? Waren Sie immer schon eine politische Künstlerin auch? Ich weiß gar nicht, ob ich eine politische Künstlerin bin. Ich glaube, ich bin einfach ein politischer Mensch, der aber auch so sozialisiert wurde. Ich bin mit 18 Jahren das erste Mal nach Israel gefahren, weil wir einfach im Internat oder in einem der Internate, in dem ich dann war, wir keine, keinerlei Geschichtsnähe überhaupt zum Dritten Reich bekommen haben. Das war wirklich ich, das ist in den 60ern gewesen. Das war ein absolutes Tabu irgendwie. Und dann war der Sechstagekrieg und dann hat man auch nur so peripher irgendwie in den Nachrichten, in der Oberstufe was gehört. Und deshalb bin ich als junges Mädchen dahin und das hat einfach, das hat was gelöst oder angeschoben in mir. Insofern denke ich mal, das ist Teil meines Lebens, aber es ist Teil meiner Biografie als Deutsche, denke ich auch. Also das ist ja, geht ja nicht um eine Schuldzuweisung. Es geht einfach nur darum, dass man seine Geschichte kennen sollte, denke ich. Aber Sie sind dann wahrscheinlich länger in Israel geblieben, weil Sie ja aus den Internaten, von denen Sie gerade gesprochen haben, überall rausgeschmissen wurden, soweit ich weiß. Warum? Waren Sie zu faul oder waren Sie zu wild? Zu aufmüpfig. Waren das so Nonneninternate oder normale? Das erste war ein Nonneninternat, wobei da war es dann tatsächlich so, dass ich eigentlich auch Nonne werden wollte. Also die hatten irgendwie einen guten Einfluss auf mich. Inwiefern? Ja, starken. Ja, es sind ja auch so, es wird... Naja, das ist schon, das ist nicht zu unterschätzen so. Der Katholizismus, gerade in diesem Sacré-Cœur, was ja so ein sehr elitäres, so ein sehr elitärer Ordensvereinigung war auch. Die haben so ein, vielleicht ist es so ein, dieses Gefühl, ja, die waren mit Gott verheiratet. Die trugen ja Eheringe. Aber die waren alle mit Gott verheiratet. Das heißt, Gott ist kompletter Bigamist. Absolut Bigamie. Ja, und das hat Sie nicht gewundert? Nee, vielleicht hat mich gerade das gereizt. Wirklich? Also die katholische Kirche ist so eine Art Schwinger-Club. Ja, jetzt muss ich sagen, die Analyse kommt spät. Aber sie kommt. Das heißt, immer schon, was Autoritäten betrifft, relativ hellhörig gewesen. In der MeToo-Debatte, wo Dieter Wedel sehr angeklagt wurde, haben Sie sich ja auch geäußert. Und was ich interessant fand in einem Interview, dass Sie gesagt haben, man muss den Künstler vom Werk trennen können. Das, was mit Kevin Spacey passiert ist. Kevin Spacey wurde aus den Filmen rausgeschnitten, ist mehr oder weniger als Schauspieler erledigt, obwohl er ein großartiger Schauspieler ist. Ja, wir haben das ja nicht nur in Bezug zu Schauspielern oder Regisseuren. Wir haben es auch bei Michael Jackson. Darf man Michael Jackson noch im Radio spielen? Ja, ich finde das eine hochinteressante Diskussion, die wir haben. Wir hängen Bilder in Museen ab. Also für mich ist das auch diese Angst oder so eine Gefahr, in die Prüderie zurückzugehen. Weil wir das nicht trennen, dass jemand, der als Mensch vielleicht wirklich versagt... Ein Arschloch kann ein guter Künstler sein. Er kann ein absolutes Arschloch sein, aber wirklich ein fantastischer Schauspieler, ein wunderbarer Künstler. Das fällt schwer und es ist schwer, aber vielleicht ist es eine Diskussion, die wir führen müssen und führen sollen. Ja, wo beginnt es, wo hört es auf? Wo beginnt es, wo hört es auf? Wenn er im offenen Bademantel die Tür öffnet, wird man wahrscheinlich sich denken, ach so. Ach du Armer, ja. Ja, genau. Ja, klar. Aber wenn der Bademantel noch zu ist, weiß man... Nicht als ich, ach du Armee. Also das ist einfach ein Blickwinkel da. Was auffällt bei Ihnen, liebe Frau Bärb, Sie haben nie Theater gespielt. Warum eigentlich nicht? Ich habe so einen Schiss davor. Wirklich? Nein, ich habe auch schon Theater gespielt, aber das war ganz in den Anfängen und das waren dann meistens Tourneetheater. Da konnte man sich so ein bisschen durchmogeln. Da konnte man so schummeln und... Wie meinen Sie das, haben Sie... Na ja, schummeln im Sinne davon, dass du jetzt nicht auf einer großen, anerkannten Bühne in der Stadt bist, sondern dass du von Stadt zu Stadt tingelst quasi und ich glaube auch das Publikum war nicht ganz so streng damals. Nicht so verwöhnt? Nicht so verwöhnt. Aber das heißt, sind Sie von Ihrem Talent nicht überzeugt? Wie jeder sympathische Mensch ja große Zweifel hat. Überzeugt sein, ja, überzeugt sein finde ich, dass... Halten Sie sich für eine gute Schauspielerin? Nee, für eine mittelmäßige. Wirklich? Ja, also ich bin gutes Mittelmaß, aber ich bemühe mich, weil ich hasse Mittelmaß und deshalb bemühe ich mich, immer weiterzukommen. Aber es gibt einfach großartige Schauspiele, wo ich denke, das ist ganz schwer, sowas auch so öffentlich. Naja, wir sind ja fast unter uns hier, aber... Aber na klar zweifelt man und das ist aber auch irgendwie das Spannende an dem Beruf, finde ich, dass es dann Menschen gibt, die dich bestärken, weiterzumachen, die dich rausfordern, die dich schubsen und du machst es mit. Und dadurch, bei mir ist es ja wirklich Learning by Doing gewesen, weil ich auf keiner Schauspielschule war und das ist auch immer so ein bisschen so eine Art Minderwertigkeitskomplex. Echt? Aber ich stelle mir bei Ihnen das kompliziert vor, wenn Sie selber so kritisch sich selbst gegenüberstehen, aber dann ununterbrochen hören und lesen, wie großartig Sie sind. Ach, ich habe ja auch anderes und man liest ja schon vom anderes Geld. Ja, aber lange schon nicht. Nein, aber über Iris Berben liest man es selten. Iris Berben ist so... Was Vernichtendes. Das ist jetzt der Altersbonus, ich werde nächstes Jahr 70 und das ist unheimlich toll. Das ist der Alters... Das sind alle nett zu einem und... Wirklich? Ja, das ist so die... Man denkt immer, man muss jetzt mit ein bisschen Rücksicht auch... Das ist schön. Echt? Dann freue ich mich, wenn ich 70 werde. Ja, freuen Sie sich drauf. Es ist herrlich. Ich erwarte, ich kann es kaum erwarten. Kriegen Sie auch, dass ich 70 werde? Nein, das ist ich. Ja. Kriegen Sie dann auch nur noch so liebevolle Postings? Also wenn... Lesen Sie sowas überhaupt? Ich bin ja nicht in den Social Media. Ah, sehr klug. Sehr klug. Ich bin nirgendwo da vertreten und die, die da vertreten ist, bin nicht ich, sondern das sind welche, die sich ausgeben. Ja, verstehe. Gibt es da mehrere Iris Berben? Nee, aber es gibt so Leute, die da in meinem Namen und so tun, als wären sie ich. Und ich... Das kann man dann auch mit einem Anwalt machen, aber man kann es auch lassen irgendwann. Ja. Weil wir gerade über die Schauspielleistung, die natürlich herausragend ist, reden. Wie würden Sie denn Ihre Schauspielleistung in die Protokollantin, die bald im österreichischen Fernsehen zu sehen sein wird? Ein Dreiteiler, ein Fernseh-Dreiteiler. Wie würden Sie die für sich beschreiben? Ja, das war eine besondere Arbeit, weil ich... Also bevor diese Diskussion eigentlich, die auch jetzt so ist, dass man das Bild der Frau auch in den Filmen oder ja gerade in den Filmen häufig jetzt auch in anderen Rollen sieht, dass man Frauen auch in negativen Rollen sieht, in starken, in kämpferischen Rollen sieht. Das war ja immer so ein bisschen eine Ausnahme. Es ist immer noch eine Ausnahme, aber das ist eine Rolle gewesen, in der ich mich eigentlich in so eine Männerdomäne begebe als Frau. Also der ist weit nach vorne geprescht. Ein sehr spannendes Thema, finde ich. Sie ist eine Protokollantin, die immer dabei ist. Bei der Vernehmung. Bei Vernehmungen, genau. Bei Vernehmungen. Und das gibt es ja tatsächlich. Ich habe gedacht, im Zuge der ganzen Technik, die wir ja auch haben. Da hast du eigentlich keinen Protokollanten mehr. Warum hat man den eigentlich? Aber du hast tatsächlich noch einen. Es geht darum, um auch Bewegungsabfolgen und Stimmungen auszufangen. Was Psychologische des Moments einzufangen. Schwitzt, die schreibt dann dazu, schwitzt, bewegt sich hektisch. Ja, bewegt sich hektisch. Zeigt den Fackfinger. Macht die Augen zu, schließt. Zieht die Pistole, schießt nochmal sowas. Ja, wenn... Wenn es schlecht läuft. Wenn es ganz schlecht läuft. Ganz schlecht läuft, ja. Liebe Frau Berben, stimmt es eigentlich, dass Sie wahnsinnig gerne kochen und sehr, sehr scharf kochen, sodass Ihre Gäste darum bitten, erst bei der Nachspeise kommen zu dürfen? Ja. Also zumindest die, die schon da waren, ja. Ja, ja. Ist es so? Ja, ich koche wirklich gerne. Und Sie essen auch gern scharf? Und ich esse ja gerne. Was passiert mit Ihnen, wenn Sie sehr scharf essen? Schwitzen? Ja, weil es gibt ja viele, die sagen... Nee, ich drehe dich auf wahrscheinlich dann, oder? Eine Art Droge. Ja, so eine Art Droge. Ist es sicher Chili nur, was Sie da nehmen, oder ist es irgendwas Bewusstseinsveränderndes? Nee, das sind tatsächlich nur Chilis. Die Bewusstseinsverändernden Drogen, das habe ich abgelegt. Abgelegt. Wo? Bei der Vorspeise. Sie arbeiten ja sehr viel mit Ihrem Sohn zusammen, oder? Also er produziert Filme, in denen Sie mitspielen. Ja, aber auch schon weniger. Also die Wege sind da schon auch sehr getrennt. Aber viele stellen sich dann mal vor, wir arbeiten miteinander, was man ja nicht tut. Was man nicht tut, weil er Produzent ist und irgendwelche anderen Regisseure. Er kommt genau an dem Tag zum Set, wo der Film beginnt und sagt, ich hoffe, es läuft alles, macht einen anständigen Film und geht wieder. Ja, aber ich habe Sie in einigen Talkshows gesehen, das ist schon eine bezaubernde Beziehung, die Sie haben zu Oliver. Ja, ist auch die Liebe meines Lebens, klar. Gab es da nie zwischen Mutter und Sohn auch große Differenzen? Große nicht, aber... Wenn er wusste, wo sie die Drogen abgelegt hat, nicht. Genau. Und ich war froh, dass er die Drogen nicht gefunden hat. Das ist eine geglückte Eltern-Kind-Beziehung. Ja, richtig. Sie haben ihn ja alleine aufgezogen, oder? Ja, die ersten Jahre, ja. Und dann trotzdem angefangen, Karriere zu machen. Wie alt waren Sie, als Sie ihn bekommen haben? Sehr jung, glaube ich. Gerade 21. War das zu der Zeit, als Sie angefangen haben, Schauspielerin zu werden? Nee, ich habe mit 18 meinen ersten Film gemacht. Wie hieß der? Wo überhaupt entdeckt, wenn Sie keine Ausbildung hatten? Wer hat Sie entdeckt? Ich war in einer kleinen Kommune, als ich aus der letzten Schule rausflog. Hat mich keine Schule mehr angenommen. Und dann bin ich in so einer Mini-Kommune. Das waren zwei Schwule. Das war für mich nummersicher einfach. Als junge Frau, oder was? Als junge Frau. Nachdem Sie diese sexsüchtigen Nonnen hinter sich hatten. Genau. Ohne ins Detail geht es. Ja, ja. Nee, und die waren an der Kunsthochschule in Hamburg. Und im Grunde ist es wie so ein wirklichen Zufall gewesen, dass ich da, wir haben so experimentelle Filme gemacht. Studentenfilme. Und die hat ein wunderbarer Kritiker damals, der bei der ZEIT war und später bei der Süddeutschen, Uwe Nettelberg, der hat die gesehen. Und die suchten irgendwann eine Hauptdarstellerin noch. Und so bin ich überhaupt da reingeflutscht irgendwie. Wollte aber immer noch das Abi nachmachen und Jura studieren eigentlich. Ist Ihnen aber nicht gelungen dann? Nee, wie man sieht. Nee, man würde es nicht sehen. Aber ich weiß, dass es so ist. Ja, das ist so.